Ja, herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Hallo und herzlich Willkommen zur letzten Folge T-To-So-Double-T. Jawohl, das ist die letzte Folge leider. Erstmal zumindest von der ersten Staffel. Und wir haben gedacht, nach 99 Folgen machen wir erstmal eine Pause. Genau wie bei DVD damals. Und jetzt können wir natürlich mal gucken, wie das Ganze so läuft. Alter, Erik! Was? Das stimmt gar nicht. Oh Mann! Ich hab mich extra noch umgedreht. Ich dachte, da wär keiner. Oh Mann! Ja, diese Folge wird zwei Minuten lang. Scheiße! Ich hab beim Curry aber vorhin verstanden, hab ich verstanden, Schwabbel in Tamarist Town. Dankeschön. Was? Schwabbel in Tamarist Town? Scheiße. Entschuldigung, war echt scheiße gerade. Ich dachte, ich nutze mal den Geräuschpegel. Jetzt war ich einmal in 30 Jahren auch mal Traitor. Curry hat's noch nicht gesagt. Hättest du mich mal gefragt, Erik. Ich hätte dir sagen können, dass alle hinter dir stehen. Ich hab mich umgeguckt, da war keiner gerade. Oh Mann, bist du mir leid. Wir nehmen einfach die Standardskins, ne? Genau, genau, genau. So. Ah, Erik! Ich hätt's ihm gegönnt, dass Traitor sei. Naja. Er hatte auch seine... Aber es kann nicht jeder Traitor sein. Ja, so wie ich. Ja, oder so wie Pan diese... Alles klar Curry, ciao! Nein, ich bin deswegen... Weil ich nicht Traitor bin. Weil ich nicht Traitor bin, Tobi. Bitte lass es, bitte. Ich hab echt Angst vor dir, ganz ehrlich. Tobi, lass doch mal ein Dream Team machen jetzt. Komm, wir machen Duo, Alter. Okay, Dream Team. Heavy Duo. Was soll das denn heißen? 3, 2, 1, Pan, Curry, äh Pan und Erik. Was? Wir müssen jetzt aufklären, Tobi, okay? Okay, alles klar. Vertrau dir jetzt ohne Scheiß. Das ist jetzt meine Aufgabe, okay? Ja. Wir müssen jetzt gegen die beiden vorgehen. Ganz klar. Okay, lass uns zusammenhalten. Unerbittlich. Hast du Traitor-Waffen? Tobi, ich vertraue dir. Ohne Scheiße. Ich werde dich 100% nicht mehr... Hast du Traitor-Waffen? Nein, ist scheiße. Ja, schick mal bei Steve. Ich schick mal Beweisbild, okay? Pan? Ich schick euch mal was. Hä? Ähm. Was? Pan, bitte. Ich schick euch mal was. Was für die kürzeste Runde ever. Komm mal raus hier, Pan. Nein, das ist für euch, weil ihr hattet das doch gemeint. Pan, komm raus jetzt hier, Mensch. Komm jetzt hier raus, Pan. Sehr schön. Oh, der ist weg. Oh, nein! Hä? Hä? Ich klebe an der Wand. Geil. Jetzt weiß ich nicht mehr in welche Richtung ich wollte. Scheiße. Oh, da stecken eine Rakete in die Boden. So, wink doch mal in die Kamera. Die, du weißt schon, dass die hier drin ist, ne? Ja, ich such die halt gerade. Ne, hier Tobi, hier, wo ich vorstehe. Also die Pan ist quasi Traitor. Achso, ja, okay. Die Pan ist sowas von Traitor. Okay, gut, dann Pan, dann war's das. Warte ich mal, ne? Dann war's das. Ich hab Taschenlampe, Pan. Ich auch. Tobi, siehst du was? Ne, ich seh dich nicht. Wo bist du? Wie das Außenlicht, guck mich mal an. Mach mal dein Licht aus. Och, Pan, Mensch. Was denn? Pan, warum? Lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Wo ist sie denn? Hat nicht geklappt? Och, Pan, bitte, jetzt verkriech die Leute die ganze Zeit in deinem Raum da. Mensch. Stell dich dem Kampf. Ich stelle mich. Ich stelle mich. Richtig, wo bist du denn? Pan! Fall, 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 fall! Höh! Schon wieder Curry! Was ist los mit dir? Es ist dumme Leid. Oh, der Curry-Hass ist real. Bleib bei uns, ey, bleib bei uns. Pan ist es. Ja, gut, gut, gut. Ja, 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 ich weiß das. Oh Gott, ich hab mich... Alter, hier hängt ein Flugzeug mitten in den Raum rein. Ja, das ist die Rakete, die hat Pan abgeschossen. Alter, die Frau stoppt vor nichts. Pan, wo bist du? Da ist sie! Oh, nice. Pass auf, weg da! Nein! Ja! Ja! Kommt aus so'n 5 km-Hartzug, weißt du? Der Zug ist manchmal so scheiße! Der Zug auf Entfernung ist halt ein bisschen blöd. Einer muss noch so machen, wenn der Traitor ist. Was macht er denn da? Einer muss sich mal den Zug direkt am Anfang kaufen und einfach quer durch die Map schießen, weißt du? Und da kommt der irgendwann am Ende der Folge an, ey. Ja, das wär voll geil. Ich glaub, das mach ich jetzt mal. Aha, aha, okay. Wenn das passiert, dann wisst ihr, dass ich es war. Okay, das ist gut. Okay, geil. Alles klar. Hm, hm, hm. De, 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 de. Dieser Zug, ne, dieser Soch, dieser Soch halt auch... Oh nein! Oh Mann, oh! Darauf erst mal ein Bonbon! Hä, wo bin ich jetzt? Ich bin innocent. Ja. An mir ist ein Zug vorbeigefahren, Curry ist es. Ulge, weg! Erik? Was denn? Entschuldigung, ich hab ein Traitor-Menü, ich hab nicht geguckt, wo ich hinlaufe. Ach so. Alles klar, ciao, Erik. Ey, Tobi, du musstest ihn jetzt nicht erschießen, ne? War ein Witz, war ein Witz, war ein Witz, war ein Witz, Tobi. Ich hab dich doch gar nicht erschossen, Curry. Ja, ich will meinen anschießen, Tobi. Wer tut denn da auf Knöpfe? Komm, hopp, hopp. Hä? Auf keinen? Hä? Hä? Die, 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 die. Ernsthaft, Pan? Wow! Wat, wat denn? Das ist ja gar nicht der Tester, Mann. Der Tester ist doch hier, oder nicht? Da muss jemand drücken. Hä? Ist doch so, mir wurde gesagt, dass das falsch ist, wie wir das gemacht haben. Hier muss man rein. Da muss jemand den Knopf drücken. Ernsthaft, Erik, ob du drücken. Was denn? Curry, was denn? Wolltest du was sagen? Obamacare! Bing, bing bong. Wo ist denn, wo ist denn? Wo ist denn jetzt? Ah. Mit der Kraft der Liebe werde ich dich erschießen! Willst du mal meine Muschi anfassen? Warte, was? Was? Ob du mal meine Muschi anfassen willst, das ist eine ganz legitime Frage. Die habe ich heute schon angefasst. Wir haben, wir haben 10... Was? Was? Wo ist der? Sind die alle tot? Wo ist der? Ich bin eine Polizistin. Okay, ich will den drüppeln. Hä? Was ist los, Pania? Warum bist du nicht da? Wo bist denn du? Lass mich weg! Oh! Ja, mach ich! Ich... Ey... Ich bin ein großes Vitado und ich zeige euch einen Zaubertrick. Nein, nein, du hast die Vakila abgeschossen. So, der Tobi war schon lange kein Traitor mehr. Ja, ich bin's. Ja, ich bin Traitor, geil. Ich bin's nicht, Mann. Ja, klar, ich bin Innozentner. Ich bin Innozentner, bedarmen sie mit Leid. Okay, Tobi, wir machen ein Duo jetzt, okay? Ich vertraue dir. Ja, ich vertraue dir auch. Ne, ich vertraue dir wirklich, ist okay. Echt jetzt? Hat ja gerade auch geklappt. Es sind immer die beiden, die zusammen rumlaufen. Dann nehme ich dir das richtig übel, ne? Ja, ihr seid ja immer woanders da, Mann. Also, ich werde dich hundertprozentig nicht erschießen, weil ich Innozent bin, Tobi, okay? Ja, ich auch. Lass uns mit dem Krankenwagen einfach wegfahren, okay? Das ist ne gute Idee. Auf Streife. Da kommt der Erik. Alter, Alter. War das los? War das los? Geh weg. Ich hab ne geile Knarre. Nee. Okay, gut. Ich bleib hier stehen. Ich bleib hier stehen. Ich bleib hier einfach stehen. Ich bleib hier stehen. Ich bleib hier stehen. Aber das ist der Krankenwagen auf meiner Seite. Alter, das ist die Pan. Alter, was machst du auf meiner Seite? Ach, du bist Fußball. Okay, Pan darf. Pan darf. Alter, hier, Granate. Die schmeißen Granaten. Es war der Tobi, der hat die Granaten geschmissen. Entschuldigung. Aber schmeiß bitte keine Granaten hier rüber. Schmeiß bitte keine Granaten rüber. Ja? Verstehen wir uns das? Okay, Tobi. Ich produziere nicht. Alles klar. So. Ich bin ja Krankenhausführer. Na, ich muss fahren. Alter. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Wie er da dritten steht. Hier darf hier was stehen. Hier darf ich stehen. Ohne, dass was passiert, oder? So, bis hierher. Bis hierher. Okay, bis hierher. Alles klar. Alter, Curry. 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 Ein Warnschuss. Ein Warnschuss. Und dann, tüsse. Ja, tot. Eine Leiche ist okay. Sag mal, wo ist denn die Paaren eigentlich hin? Ich frage. Ich frage für einen Freund. Hier oben. Hier oben bin ich. Okay. Ja, weil ich hier einen Scheiß da nicht mitmach. Ja, 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 Pan. Warum bin ich denn nicht? Warum lachst du denn jetzt wieder dabei, während du das sagst? I are not traitor. Ja, I are not traitor. Sag ich auch immer, Pan. Aber Tobi, müssen wir das nicht mal ausdiskutieren jetzt gerade? Die Pan hat sich einfach entfernt, ne? Obwohl er eh noch bei uns war. Ja, stimmt. Wir waren ja gerade Rollenspieler machen hier. Und die zielt auf uns? Die zielt auf uns? Ja, ja. Guten Tag. Ich bin Überläufer. Ich bin Überläufer. Nein, das ist die Pan. Die Pan zieht auf uns. Was? Okay, machen wir jetzt alle gegen Pan? Also Pan ist sehr verdächtig jetzt, muss ich sagen. Wo ist die Pan? Ich muss hier gerade Jump-and-Run-Action machen. Ich kann mich nicht umsuchen. Ach so. Ja, genau. Verständlich, Pan, verständlich. Okay, klar. Müssen wir uns wieder aufteilen, ne? Mach dein eigenes Ding, Pan. Ah, wir teilen uns alle auf. Könntest du bitte aufhören über die Stimme an, da uns zu imitieren? Ich bin selber davon irritiert. Wieso komm ich denn hier nicht hoch? Ah. Komm mal da oben, Tobi. Was macht die da? Das könnt ihr nicht nachmachen. Ich weiß es nicht, was die da macht. Ich geh aber mal hin. Tobi, wie zielt, pass auf. Was ist da hinten los? Ich seh dich. Pan, Pan, schieß mal bitte mit der Waffe. Okay. Aha, aha. Ich dachte es vielleicht ganz gefährlich, was die da macht, ne? Eine Furzgranatenwaffe da, ne? Das ist ja auch so eine Stimme. Ey. Guten Tag, guten Tag. Robi, komm mal her. Ich beruhig dich. Guten Tag, guten Tag. Wer hat die Furzgranatenwaffe? Ähm. Ähm. Warte mal. Ähm. Achso, das ist das Radio. Achso. Bingo. Wir haben eine Pizza bestellt, kostet dann 362 Euro. Ja geil. Nehm ich. Danke, nehm ich mit, ne? Ja geil, hau ein. Nehm ich mit. Oh geil. Ich will tanken, ich will nur tanken. Alles gut, alles gut. Alles gut. Niesko. Kannst du bitte mit dem Auto einmal losfahren? Hey, wer war da? Warte. Ähm. Bürostuhl von Oberslogen. Ey, das war Tobi. War da. Tobi. 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 Da war Brüdern. 스타 workers. Man, 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 man! Dieser Hochverrat einfach. Dieser Hochverrat! Guckt's euch an! die dreckigen Schwe Systeme! Tomaten! Tü-tü-tü-tün. Tü-tü... Keine Ahnung. OOO! Was ist los? Wo ist meine Waffe? Ja! clothes Madame Madame, meine Fresse ist was für ein Scheiß. Ey, lässt du es jetzt mal sein, Tobi. Ich vertraue euch, okay? Ich vertraue dir aber nicht, weil du dieses Mal ein Traitor bist. Ich bin schon wieder innocent, ey. Das ist ein Witz. Kann ich hier rein? Hi, bitte Tobi. Boah. Äh, kommst du hier rein? Tobi, lass mal einen Turm bauen, komm. Ja, geil. Ja, fast. Wir haben ihn mal getroffen. Bing, bumm. Was willst du fahren? Das sieht so falsch aus, das sieht so falsch aus einfach. Ich geh jetzt wieder. Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Wie kommt der da hoch? Du hättest uns erschossen, Paden. Wie kommt der da hoch? Da warst du voll auch drauf. Okay, es reicht mir jetzt, es reicht mir jetzt. Ich kann das nicht mehr ansehen. Ich stürze mich jetzt hier vom Lachen. Es reicht mir auch. Der hat mal kriegt nachgemacht. Hä? Ah, meine Tastatur. Was denn? Du hast meinen Fick einfach nachgemacht. Entschuldigung. Bim, bim, bum, bum. Ja. Bim, bum, bum. Was? Alter, Paden wirft Granaten. Au. Was macht die Paden? Ich hab mir die Beine gebrochen. Äh, was macht die Paden? Paden. Oh, Paden. Alles klar, Paden. Was ist los? Halleluja. Du magst die Granate echt gerne, ne? Ja, voll geil. Oh, Paden, jetzt geht doch nicht wieder in den Trailerraum, Mann. Nein, Paden. Gah! Wo kommt ihr her? Wo kommt ihr her? Scheiße! Oh, nein! Oh, stopp, Tore! Hey, hey! Hey, locker bleib, locker bleib, hey! Hey, Curry, Curry! So, ich trink was. Curry stirbt! Keiner stirbt. So, aber ganz ehrlich, wer ist denn jetzt Traitor? Ja, das war doch gerade die Pan. Wer ist denn jetzt Traitor? Wer ist denn jetzt Traitor? Der Moment war richtig gut. Sehr unruhig. Eh! Pfff! Oh Gott, das ist der... Bohohohohohohoho. Was war denn so eure... Was ist denn so eure Lieblings-Tage? Nein, Paden wir auch. Was? Machst du jetzt Rückblicke oder was? Ja! Ja, wenn ich zurückdenke an... ...an vier Jahre TTT. So Flashbacks. Nee, mach doch, mach doch mal! Lass doch mal Johannes Bekerner einladen, der moderiert das. Nein. Das hat ja einen unwahrscheinlich großen Einfluss auf mein Leben. Ich habe viel gelernt in diesen Jahren und bin auch privat sehr viel weitergekommen Wenn mich jemand fragen würde, was die beste Map ist Es war einfach die Map, wo ich mit euch spielen konnte Das war schon Also mir gefällt immer noch die Schwimmbad-Folge Ja, die Psychospielchen sind immer das geilste Ja, das stimmt Boah, hab ich wieder erschrocken Boah Hab ich wieder erschrocken gerade Okay, Tobi kann es eigentlich nicht sein Mit dem war ich gerade hier hinten Curry ist auch sehr erschrocken gewesen Ich weiß es nicht, naja wobei Pan Ja, ich bin ja draußen Dann muss es Curry sein Bist du sicher Pan? Ja, hier Bin ich Curry Ja, pass auf die Atombombe auf dieses Shuttle da hinten auf Das kann auch hochgehen Curry Achso Curry tut es, als wäre er tot Ja, ok Curry ist tot Gut, gut, klar, ja schade She happens Moi Mega glaubwürdig Jetzt sag doch mal, was sind denn eure Lieblings-Erinnerungen hier, ey Okay Ihr seid voll undramatisch Ja Ich weiß aber das eine Mal als Curry dachte ich bin Traitor und hab mich einfach erschossen Wann das, welches eine Mal? Ja, ich weiß auch nicht Curry, komm da raus! Oh, da geh ich weg Curry Der kann aber auch von zwei Seiten raus Aha Der Curry kann auch von zwei Seiten rein Okay Hey Alter Ich weiß Ich weiß Oh, das Shuttle Oh nein! Oh nein! Oh, ich stürze ab! Mörder! Curry, warum müssen diese Menschen sterben? Curry hat Männchen auf dem Gewissen Männchen 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 Märilin Männchen Hahaha Haaah Piepelt Gut, die Zeit arbeitet gegen dich Curry Wir wissen auch noch, dass du lebst, also du brauchst dich jetzt nicht totstellen Komm mal, komm mal hier obenhin, hier ist eine Leiter, da können wir den abfangen Das ist auf jeden Fall der Ausgang Mhhmm HMMMMM HMMMMM Das ist der Kronkh Ja, weißt du? Das bist du? Wo ist denn der Curry? Schwells nisch Wo ist denn das kleine Weiße? Schwells nisch Hey Curry, zeig dich mal an Komm Curry, das ist jetzt die Folge, da musst du mitreden Ja eben, das ist doch voll low. Die Leute, die Leute lieben dich doch. Die wollen deine Stimme hören, Curry. Verstehste? Das war Curry? Warum vergesse ich in eurer Gegenwart alle Hämmeren? Das weiß ich nicht. Das gibt mir zu denken. 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 Das gibt mir zu denken. Denken. Ich muss mal wieder was entrümeln. Wie wär's mit deinem Gesicht, du Piefke? W-w-wat-wat-wat-wat? Was? Was? Oh nein. Oh man. Hä? Ey Curry komm, das ist voll low jetzt, man. Pan? Okay. Weißt du, das Curry jetzt nicht mehr mit uns reden, aber das Pan jetzt plötzlich ruhig ist, das find ich echt traurig. Tobi? Ja? Wie hast du denn den Curry umgebracht? Ich hab den Curry nicht umgebracht. Erik, ich bin nicht Traitor. Ich war doch die ganze Zeit bitte hier oben, wie soll ich denn das Sachen da auslösen? Jaja, das weiß ich nicht. Bitte nicht schießen, bitte nicht schießen, ja? Ja, ich kann aber mal schießen, das ist keine Babygun, alles gut. Okay, okay, okay. Aber, 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 wo ist die Pan denn dann hin? Ja, wahrscheinlich unten den Curry suchen und dann hat der Curry sie getötet. Aber sie wollte doch oben den Ausgang bewachen. Ja, oder der Curry wollte da raus und hat sie umgebracht. Ja, das kann natürlich auch sein. Kannst mich aber auch gerne erschießen, wenn die da noch ist. Nein, nein. Du bist eine sehr integere Persönlichkeit. Wenn du den Curry-Random-Kill raushängen lassen willst, ist gar kein Problem hier. Ich stell mich gerne zur Verfügung. Wir sollten einfach warten, weil Curry muss uns ja holen. Das ist schon richtig. Wir sollten das aussitzen. Ja, es ist schon richtig. Findest du lustig, Curry? Hm? Findest du lustig? Ja, ist schön, das anzuschauen. Noch Spaß? Ja. Okay. Curry ist klein. Voll nicht. Curry ist klein, Erik, pass auf. Wo ist denn Erik? Ja, Erik ist wahrscheinlich tot. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich schon, Curry. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube schon, Curry wusst. Ich glaube schon, Curry wusst. Manu! Alter, was für ne Sackmade! Nein! Nein! Wir haben nur 19 Minuten! Wir haben nur 19 Minuten! Was für ne Sackmade, Alter! Achso, wie ist es am Ende? Wenn ihr alle so schnell macht, ey! Das waren ja jetzt erst 19 Minuten, wir könnten theoretisch... Dann such eine aus! Die hier hat leider sehr nervige Musik, die ist sehr geil, aber leider... Ach komm, dann zeigen wir die einfach nochmal. Ja, die richtig! Ja, die richtig! Wir haben aber echt... Okay, ich hab... Nee, ich will Casino. Okay, ciao! Ich hab noch Casino! Oh, Mann! Alter, Curry, wo warst du die ganze Zeit? Ich war klein! Bist du rumgeflogen oben oder hast du nur versteckt unten? Nee, nee, ich bin einfach gelaufen! Achso! Ich hab gesagt, lass uns nach oben hier, guck mal hier vorne, weil ich wollte nicht, dass Curry weiß, dass ich unten zum Eingang war. Ja, das war... Ja, das war... Ah, okay... Hätte fast geklappt, Pan. Schade, da kam die... Hätte ich sogar fast übersehen, sogar! Scheiße! Und ich hab zwischendurch den Tobi tatsächlich verdächt... Tobi, es tut mir leid! Kein Problem, Mann! Ja... Ich hatte unten noch versucht, mit der Fake-Leiche irgendwas zu machen, aber... Boah, die Map ist so geil! Warum nicht? Wett! Ach, Pokari! Oh, Error! Ich hab hier ein Error! Ja, da sind überall... Ja, manche Sachen... Und es ist sehr laut! Es ist sehr laut hier drinnen! Ja, ich kenn dich! Ich hab gar keine Musik! Ihr müsst die Musik leiser machen! Ich hab gar keine Musik! Ich glaub, weil wir die ausgemacht haben... Ja... Wie kann ich die Musik denn leiser machen? Also, wenn ich die Musik ausmache, hab ich immer noch Musik! Wie kann ich die Musik denn leiser machen? Äh... Option und Audio, aber ich weiß nicht, ob das... Aber wenn ich zurück zum Hauptmenü gehe, bin ich ja nicht raus! Nee, du kannst ja Escape jetzt drücken und dann Option einfach! Du musst ja gar nicht zurückkommen! Wo sind hier die Optionen? Sind das die Optionen? Nee! Hä, wo sind hier die Optionen? Irgendwie Back-to-Main-Menü oder irgendwas drücken, was du dieses... Ah, 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 okay, alles klar! Warte, 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 warte... Musik, Audio... Also, ich hab immer noch Musik! Ja, ich auch! Ich hab keine Musik! Ich hab keine Musik! Ich hab auch keine! Vielleicht geht das nur, wenn man Rejoint! Nee, die Musik... Die Musik verstellen bringt nix! Das ist, äh, ein Semble! Ja... Das ist sehr laut! Das ist ein Semble! Ja, es ist sehr laut, tatsächlich! Soll ich die Make-up kurz wechseln? Komm, ich wechsel! Ja, dann mach ich doch mal! Aber wir können uns einfach mal zeigen! Wir können uns einfach mal zeigen! Soll ich... Soll ich... Warte, ich muss nachladen! Ich schieße! Ich muss nachladen! Was? Ich bin ein spätlicher Bürger! Hm... Was denn? Was denn? Warte, ich guck, warte! Ich erinnere mich an meinen Lieblingsmoment! Was denn? Na? Mein Lieblingsmoment war gewesen, wo wir diese Yandere-Map gespielt haben! Oh Gott, jetzt hab ich auch Musik! Ah, ja, ja! Du bist von Haus gefallen und keiner hat's gemerkt! Nein! Wo der Erik... Ja, das war auch ein Bumerang! Das war lustig, ja! Wo der Erik den Curry mit dem Bumerang in diesem Gang einfach weggefunden hat! Das sah so geil aus, ey! Mann, was macht der nicht in! Das war so geil! Ah, Mann, das war geil! Ich hab jetzt übrigens auch Musik gerade gehabt! Ja, ich auch! Oh, ist das so schön ruhig gerade! Sehr laut! Sehr laut! Oh, ist das so schön ruhig! Ah, die Maps sieht cool aus! Also die Maps sah echt cool aus! Ja, stimmt! Curry, hast du einen Lieblingsmoment? Mh... 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 Hä? Curry macht halt nie... Ich hab gerade was getrunken! Ich weiß nicht... Ich fand's immer ganz cool, als wir die Identitäten immer so geändert haben, und dass es dann auch funktioniert hat! Also zweimal oder so! Ja, in dieser fetten... Was war denn das? Mit dieser Deckenlampe, diese Map! Ja, ja! Diese gigantische Map! Ja, ja! Die haben wir nur einmal gespielt! Ah, ja, ja! Das war doch Pan! Das hab ich gesehen! Das ist geil! Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Lieblingsrunde war tatsächlich die Magnum-Special-Runde! Ja! Mit dem Ufo und allem! Ja, das war geil! Die sind sowieso geil gewesen! Ja! Das war das geilste! Top-Karte ist... Oh, lol! Warte denn! Oh, Mann! Ihr lädt noch! Warum lädt noch so lange? Ah, du bist echt gruselig! Das ist echt scary, Pan! Was hat sie gemacht? Was hat sie gemacht? Mann, ich weiß es! Die sind gar nicht echt! Ich hab die alle programmiert hier! Ich spiel gar nicht mit Kirby, Tobi und Ronk! Äh, ich kann mich nicht bewegen! Das ist jetzt alles einstudiert! Hä? Ach, wat! Ah, wisst ihr noch? Das war so schön! Ich weiß gar nicht, was wir sehen! Ja, Mann, die roten Fässer! Cool! Mit diesem Song damals! Boah, mit der Musik, Mann! Ja, das war so geil! Komm, das machen wir jetzt nicht, Quatsch! Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht! Nein, nein, bitte nicht! Ja, wir müssen die Fernbedienung irgendwie holen, dann müssen wir... Ja, alles klar, Tobi! Ja, ich bin fade! Tobi, komm mal hier! Hast du schon eine Fernbedienung holen, Tobi? Tobi, komm mal hier! Tobi, komm mal hier! Tobi, komm mal hier! Tobi, komm mal hier! Nein, Tobi, komm! Komm, spring mal! Boah, das war aber knapp, sonst wär's jetzt recht gut! Ja, das ist echt knapp! Hey, Pan! Hey! Hey! Morgen! Wir schießen einfach wahllos auf rote Fässer, Leute! Morgen Kinder, würd's was geben! Was denn? Hier ist keine Fernbedienung! Hey! Scheiße! Oder war das hier? Ich bin unschuldig, ich bin unschuldig! Bitte nicht schießen! Hey! Hey! Oh, in Ahnung! Wo war denn nochmal die Fernbedienung? Ja, die Frau im Fernseher? Ah, Erik ist mit der Zeit drauf! Ah, gerade! Ja, geil! Erst ab jetzt! Nee, Quatsch! Lass mal Rick & Morty Cross plan machen, Erik! Bitte? Hey, hey, hey! Ich muss dieses CD hier mitnehmen, es ist ganz wichtig! Boah, geil! Oh ja, CDs einlegen hat auch so Spaß gemacht mit der Mucke immer! Lass uns Musik hören! Voll geil! Jaaaa! Ich bin looking for freedom! Ich bin looking for freedom! Hey, was suchst du denn, Pan? Ja, das Musikding, wo ich's einlegen muss! Hey, beim Pool! Ja, wo ist denn der Pool? Mann, das ist zu lange her! Jetzt bin ich enttäuscht! Oh, warte, warte! Jetzt bin ich wirklich enttäuscht hier! Ja! Warte, warte! Enttäuscht! So, wie soll ich da mal draufschießen? Hier komm ich wieder weg! 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 Nooo! Robi? Ja? Guck mal! Äh! Ähm! Was ist das? Hat Curry sich selber umgebracht oder was? Was? Warte! Warum machst du das Curry? Oh Scheiße! Hä? Warum? Warum hat der Curry... Ich weiß es! Ah! Oh, warte Curry! Du kannst doch nicht schwimmen, ne? Ich halte dich! Pan? Ja? Äh, ich frag nur für den Freund! Mal aufräumen hier! Warte mal! Was machst du denn da, Tobi? Ich räume auf! Was machst du denn da? Ich räume auf! Ich räume auf! Was machst du denn da? Der muss auch noch! Warte mal! So! Oh, der arme Curry! Aufgeräumt! Huch! Der arme Curry! Aufgeräumt! Tschüss Curry! Der arme Curry! Riech mal an ihn! Ba-puh-i! Muss doch wieder den Hintern abwischen! Oh, warte mal! Oh! Oh! Curry, warte mal! Den günstigen Rollstuhl gekauft, wa? Ohohohoho! So! Das geht gar nicht! Komm jetzt Curry, stell dich mal nicht so an! Oh, Vorsicht! Nein! Curry, nein! Nein! Ach, ja! Pan, was los? Ja, weiß ich nicht! Mich beachtet einfach keiner! Oh, das ist okay! Oh! Oh! Dich beachtet keiner? Was? Einer beachtet mich! Wie? Bist du Traitor? Fliegt die ganze Zeit vor eurer Nase rum und keiner beachtet mich! Das ist mir noch nie passiert! Du fliegst vor der Nase rum? Ja! Noch nie ist mir das passiert hier! Was? Hä? Ach, die Pan hat wieder den Dings ausgepackt, ne? Ja, den, den Haken oder wat? Ne, den Haken nicht! Den Haken nicht! Oh, schade! Guck mal, wie der Curry da enthält! Warte mal, ach, ich bin jetzt in den Blumen! Ich bin, ich seh's leider nicht! Ich bin in den Blümchen! Da hinten fliegt sie! Ey Pan, bleib mal stehen! Oh, das kann nicht gut enden! Ciao Pan! Ciao Pan! Mach's gut! Schön! Ich lebe doch! Oh, wie geil! Ey Pan, warum hast du denn jetzt gesagt, dass du ein Play-Up bist? Ich wusste nicht, ob wir die Runde überhaupt ernst spielen oder nicht! Ich will die scheiß Family machen! Ich will's einfach noch einmal sehen! Ich weiß, es ist leider so viel Arbeit! Ey, ich spring da nicht noch mal über die... Ich auch nicht! Doch, das ist schade! Doch Curry, stell dich mal nicht so an! Das mach ich nie wieder! Sei mal nicht so für die Zuschauer! Ja, für die Community! Sind sie's dir nicht wert, Curry? Ist es das? Ist es das? Ist es das? Triggered! Was? Ja, das triggert echt hart! Eine Fernbedienung ist nicht da! Ich glaube, es ist... Es wäre aber nicht jetzt so wie beim ersten Mal so, weißt du? Ja, das stimmt! Ne, das sowieso nicht! Die Erinnerung! Oh! Oh! Das ist echt scheiße, wenn wir grad irgendwo überm Abgrund stehen! Oh! Hä? Und vor allem, immer wenn der Surfer aufhört, ist man ganz woanders! Ding, 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 ding! Wir haben dann hier auch viele Zombies getötet und so! Krass! Ja, mit dem fetten Riesenzombie! Das war voll geil! Das war voll geil! Das war geil! So! Moment, Moment, Moment! Ich muss mal ganz kurz was probieren! Was denn? Wird die nicht fliegen? Moment! Erich, wird fliegen! Nee, 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 nee! Boah, mit den Haken macht das nicht so viel Spaß. Als ob ich mal Traitor bin. Uwe, ich hab ne CD! Ja, nice, ich wills hören, ich wills hören. Was ist das, was ist das für ein Song? Warte. Ist das He-Man? Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ähm, ciao. Ciao. Disco-Schläger, Disco-Schläger. Da geh ich weg, Alter, Disco-Schläger sind überhaupt nicht mal fach. Nein. Ja, Mann, Leute! Ja, Mann! Was ist das passiert? Was war denn da? Curry, warum? Ey, was denn? Achso, du bist Traitor. Äh, ja, nicht. Aber warum hast du doch einen Tobi erschossen? Ich hab doch Tobi nicht erschossen, das war das Pass. Oh! Das ist doch ganz geschossen! Ja, so. Wie hast du mich gelandet? Alter, ernsthaft Curry? Ernsthaft Curry? Bing, 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 bong! Ding, bong, 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 bong! Ding, 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 dong! Ding, ding, dong! Dong, bong, bong, bong! Oh Gott! Pan, was denn los? Hey! Ja, ich erschieße, äh, ich versuche hier zu schießen. Achso. Der Curry fliegt doch hier oben rum. Achso, das wusste ich nicht. Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Oh, Mama Care. Mama Care. Bing, 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 bong, bing, bong, bing, bing. Oh man, dieser scheiß Ohrfuhr. Hey! Watt war das? Curry, watt war das? Der Curry schießt doch nicht, ich habe ihn nicht zu fahren. Was passiert? Alter Curry, wie kannst du nur? Eine, eine wehrlose alte Dame erschießen. Was passiert hier? Ich habe Angst in mein Leben. Eine wehrlose, was hast du gerade gesagt? Was ist denn da gerade bitte so lustig? Bist du eine wehrlose alte Dame? Ey, hat er das gedacht? Okay, warte. Nee, Currys Traitor glaubt dem nichts. Currys Traitor glaubt dem nichts. Glaube ich, Spinne. Curry, wie kannst du nur sowas sagen? Stopp, bei mir hackt das. Oh geil, hack. Sag mal, ich glaube es... Bing, bong, bing, bong, bing, bong. Erik. Ja, warte ist los, Curry. Wo ist denn dieses Schlitzohr? Das Schlitzohr. Hör mal. Hast aber Tüfte gemacht. Ah, der hat mich mit einer Forzkanone abgeschossen. Forz dich einen weg, Erik, komm weg. Er ist oben links auf dem Parkergebäude. Ja. Komm Erik, komm, er hat gegengeflogen. Bitte. 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 Ah, Mann. Yeah. Cool. Obamacare. Aber das war es wert. Curry? Ja? Hör auf so doof um zu fliegen jetzt. Okay. Das reicht. Ist gut jetzt. Entschuldigung, Pan. Entschuldigung. Feierabend. Du hast recht. Du hast wirklich recht, okay? Boah. Geil, Alter. Wie geil war das denn? Wie geil war das denn? Wie geil war das denn? Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Oh, cool. Oh nein, Mr. Crab. Ich bin tot, ne Junge. Wie, was hat der denn gerade für eine Fresse gezogen? Was hat das denn? What? 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 Das hat gerade original zu Pan Sitz gepasst, diese Stimme. Hier gibt es die Fernbedienung gar nicht. Was soll das? Oh. Das ist gar nicht die richtige Map. Fake Map. Das ist gar nicht die richtige Map. Was soll die Scheite Pan? Okay, was wollen wir mal spielen? Ja, ist echt ein bisschen komisch, ne? Was soll denn das Pan jetzt? Das kannst du doch nicht machen. He he he. Ja. He he he. He he he. He 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 he. He 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 he. He 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 he. He 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 he. Oh ne Tobi, bitte. Curry, komm mal her. Komm mal her, Schätzlein. Curry, komm mal ran hier. He he he. Komm, komm Tobi. He he he. He he he. He he he. He he he. Geil, Alter. Geil! Was? Was? Warum? Alter, warum machst du das? Tobi, Entschuldigung. Entschuldigung, Tobi. Was ist denn der Loh? He he he. Entschuldigung. He he he. Ich weiß, wer gleich stirbt. Tobi, es tut mir leid. Alter, Tobi, du bist so ein schlechter Traitor. Ich bin enttäuscht. Ich weiß, wer gleich stirbt. Alter, wer soll. Gebt doch nicht. Oh, das ist echt scheiße. In letzter Zeit singt der Thomas immer ein anderes Lied. Er singt immer. Horizon, life is peaceful there. Horizon, in the open air. Ja. Ja, Mann. Get the boys. Oh, warte. Kannst ja bald ne Band gründen, die netzt einfach die Horizon. Oh, oh, ah. Tobi, bitte, Tobi, bitte, bitte. Hab Erbart, bitte, Tobi. Bitte lass mir Ruhe, bitte. Tobi, nein. Nein, Tobi, bitte geh weg. Tobi, bitte geh weg. Tobi, lass es Tobi, bitte, bitte. Ich ziehe immer durch. Geil. Jeden Tag. Tobi, bitte, Tobi, bitte. Wer wird gewinnen? Tobi, bitte, Tobi, bitte, bitte. Ein Kampf auf Leben und Tod. Und da hinten Thomas. Der Mischstein. Kannst du es bitte kommentieren? Ich kann fliegen, weißt du das? Okay. Ja, ich weiß, weil du Traitor bist. Nein, 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 nein. Hm? Ich bin's nicht. Ich weiß, dass du Traitor bist, Curry. Ich weiß, dass du. Hör auf, sag mich. Tobi, guck mal. Ich hab ein Bild gemalt. Mhm. Tobi, hier, guck. Hier. Komm mal rüber. Zeig's mir. Nein, ich bin dann... Aua, komm, zeig's mir. Ich hab dich gar nicht getroffen, weil auch zu schreien. Ich hab Angst. Na, okay. Ja, wird da doch mal wat? Ja, wird da doch mal wat? Oder wat? Na, okay. Du, 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 du. Boah. Tobi, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Die paar an da oben, nur die Augen. Das ist so süß. Was? Ah, Curry! Nein! Oh! Hey! Tobi! Tobi! Tobi, was? Der Curry hat mich runtergeschubst. Hey, willst du mich verarschen, Tobi? Du bist voll der Drecksack. Nee, Erik hat's gesehen, dass ich das nicht gemacht hab. Ich hab grad so Pan geguckt. Ich hab ihn nicht runtergeschubst. Du hast grad auf mich geschossen. Tobi. Ey, bitte. Lass es. Hör auf, Pan. Ey, warum... Du bist sowas von Traitor, ey. Ganz ehrlich, Pan. Aber ganz ehrlich. Na, du bist Traitor. Du bist... Nein, nein, nein. Du darfst nicht mehr rauskommen. Ich erschieß dich jetzt, Pan. Oh, oh. Der Tobi ist von selber runtergefallen. Ich hab keine Angst vor dem... Blöden... Oh, oh. Scheiße. Oh Gott. Wie kommt der jetzt so schnell hier hoch? Hö! Hö! Bahn! Warum? Eri, du Drecksau. Was? Ich hab nichts gemacht. Du bist... Ich fahr nicht mal näher. Ich fahr doch nicht mal näher. Ich fahr doch nicht mal näher. Geh weg. Oh. Ah. Hui. Okay. Ah! Nein! Du kriegst mir nicht! Ah! Nein! Bist du auch... Bist du runtergefallen? Alter, drei Selbstmode! Geil! Meine beste Runde! So! Nein! Meine beste Runde! So! Oh Gott, ey! Ah! Du bist doch bescheuert, ey! Ach, schön! Echt! Schön! Ey, warum liegen hier im Monitor? Hä? Alleine Monitore unten am Boden. Ach so, das fand ich auch nicht. Warum? Ach Tobi, du siehst so schön aus, ey! Oh, ich hab wieder eine CD gefunden! Die nehm ich mit! Oh! Achtung! Oh! Oh Gott! Hey! W-w-w-w-w-wada! Es wird einfach niemals aufhören! Tobi! Was denn? Bist du doof, Tobi! Hey, was hab ich... Ich hab nichts gemacht? Warte, 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 warte! Komm, dann mach ich mal mit! Ach so! Hey, Freunde! So, warte! Hey, Curry! Nein, du auch! Ah, Curry ist traitor! Aua! Curry ist traitor! Hey, warum bin ich denn jetzt schon wieder? Ich bin auf richtiger Mission! Vorsicht, ich verstecke mich hier! Ich verstecke mich hier! Warte, da muss ich aber jetzt... Also, ne? Ah, so ne! Das ist aber... Das muss aber jetzt! Ach so! Oh, geil! Musik! Jemand hat ein CD geholt! Da, gehen wir Party machen! Hab mein Bikini angeschaut! Oh Gott! Geil! Da tauche ich erstmal ne Runde! Ja, warum? Ich bin ein Bikini-Girl! Ich bin ein Bikini-Girl! Alter! Warum?! Was? Curry war's! Was? Wer war das denn jetzt? Bikini-Girl! Curry, ich seh dich! Bikini-Girl! Hey, du siehst mich nicht! Hä? Curry? Hey, was denn? Warum? Curry? Hä? Hey, was? Ey, wo bin ich denn jetzt auf einmal? Hä? Was ist los mit dir, Tobi? Nein! Was denn, Tobi? No! No! Nein! Nein! Du bist aber cute! Nein! Du kleiner Bastard! Geh weg! Ah! Okay, ich bin safe! Was ist denn los mit euch? Ja, der hat mich geportet, Mann! Du hast Bastard zu... Ich hab gar nichts gemacht! Ich hab überhaupt nichts geportet! Ja klar, muss ja! Ich war ja grad bei Pan! Ich hab aber wirklich nichts gemacht, Tobi! Ich hab dich nicht geportet! Pa... Pa... Paand was... Paand was man... Oh! Ihhh! Oh! Ich wollte ihn da ranhängen, aber es ging nicht. Rubi! Hm? Komm. Ruminato! Wir haben es auf Curry! Was passiert denn hier? Was passiert hier? Wir machen ein neues Thumbnail für die Folge. Gorillas im Nebel. Hä? Du wieder hoch? Oh! Oh! Oh nein! Erik, was ist denn los? Oh nein! Oh Gott! Vorsicht, das ist der Curry! Oh, Curry! Der hat den Stuhl hergeschmissen. Ich habe meinen Stuhl geworfen. Wie? Warte mal. Können wir nicht den Stuhl hinstellen? Ja, warte mal, das ist eine gute Idee. Nein, der Stuhl ist runtergefallen! Scheiße! Nein! Warte mal, da setzt sich ein hier hin. Ich muss ihn aber nochmal umdrehen vorher. Warte! Was passiert hier? Schön rückwärts einparken. Was ist das? Ja, das geht gar nicht. Was ist das? Klopperbeine, Alter! Oh! Oh! Warte mal! Mensch, mach doch mal was, Mann! Bleib doch mal locker jetzt! Entspann dich! Das klappt! Ich hoffe, die Hunddose verrutscht nicht. Weil an manchen stellen sich... Warte mal, Curry! Wir müssen gerade Dinge tun! Hä? Die rutscht immer wieder durch das scheiß Ding! So! Nein! Nein! Oh, ich hab dich gerettet! Das macht Spaß, Mann! Mein Held! Was? Es war nicht viel komisch! Es war so intensiv! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Lol! Warte mal! Warte mal! War ich mit so Pipi! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ach so! Ich will auch mit dekorieren! Als Penisersatz, aber ich finde nichts, was so aussieht wie ein Pipi! Warte mal! Dann lege ich ihn hier unten auf den Boden! So, leg dich mal da hin! Warte mal! Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas finde! Aber ich glaube eher nicht! Haaa! Aua! 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 Was ist das? Alter! Was ist denn? Mach doch die Augen so eh! Aua! Das tut mir ein bisschen weh! Der Wecker tut weh! Das tut mir ein bisschen weh! Warte mal! Oh! Äh! Wo ist denn der Curry? Nein! Komm her! Ey, Curry! Wo ist der? Was denn? Was? Hä? Hä? Wo ist die hin? Oh! Oh! Komm nochmal! Ich wiederbeleb dich, Erik! Wo sind die denn? Da! Warte mal! Boah! Beleb den jetzt mal wieder! Oh! Oh Gott! Warte mal! Wenn ich jetzt den Computer noch dazu setze? Das klappt bestimmt! Hä? Oh! Warte mal! Pan, tu das mal! Pan, bist du Traitor? Ja, ne? Äh, nö! Doch, doch, muss! Weil Curry ist auch tot, ne? Nein! Ich bin wirklich! Der Curry kann nicht tot! Ach stimmt! Hey! Warte mal! Stimmt Curry ist Traitor! Der war ja vorhin klein! Ich seh hier den Scha- Ich seh hier den Schatten! Oh! Das sieht ganz komisch aus! Wiederbelebung! Das musst du mal von der anderen Seite sehen! Wie kann ich das drin? Aber Curry ist dein Tampon! Ich bin kein Tampon! Hi! Hm! Klappt nicht! Vielleicht wenn ich ihn von hier wieder zurückdrücke? Äh! Äh! Was passiert denn hier? Die Schmerzen! Keine Ahnung! Er bewegt sich wieder! Er bewegt sich wieder! Er bewegt sich wieder! Er lebt! Ich liebe ihn! Alter, das sieht aus wie Hulk Hogan! Ich bin noch gar nicht tot! Ich kann nicht mitspielen! Ich hab ne Erik Puppe! Oh Gott! Ist das auch ein Scherzartikel oder? Äh! Wo ist denn der Curry jetzt hier? Kannst du auf der Stange sitzen, Erik? Der Curry kriegt! Nein! Ah! Das ist vom Curry! Pahn! Komm da runter jetzt! Wo bist du? Warum siehst du mich und wo bist du? Komm da runter jetzt Pahn! Aua! 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 Pahn! Geil! Geil! Da... Na ja! Was ist so schuldig? Was war denn? Ne Curry, wo bist du? Aua! 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 何? Was war denn der Curry? Aua! 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 Oh Mann ey! Aua! Aua! Was ist hier los? Das war eine sehr merkwürdige Runde. Aua, Aua, Aua! Was ist los mit dir, du kranken Bastard? Ich mach das noch größer, was soll ich denn machen? Ja, ich merk das schon. Du willst den Wecker doch mit reinkriegen. Boah! Was nicht passen? Wo warst du eigentlich? Voll schlechte Traitorunde. Ja, sorry, ich hab einfach zugeschaut. Okay. Tobi. Entschuldigung. Du bist noch klein, Guri. Die Fernbedienung da. Nein. Ja, moin, Guri, jetzt bist du ehrlich gefressen. Ja, moin, geil, Tobi, Mann. Geil, Boxer, komm mal her, du bist so ein Boxer. Geil, ja, Mann, ich bin ein Boxer, Alter. Hä? Hä? Guri Straitor. Das kann gar nicht sein. Tobi? Die Fernbedienung ist da, tschüss. Tobi? Das kann nicht sein, Leute. Ich bin schon wieder Traitor. Das kann nicht sein, das ist unmöglich. Was musste man denn hiermit nochmal machen? Äh, konntest du bitte nicht? Nein. Alles klar. Ich bin mir nicht sicher, ob Guri Traitor ist. Ähm, hallo? Aua! Gewillig! Was war's denn? Was war das denn jetzt? Oh Gott, ey. So, dat war's also, wa? Dat war's. Freunde. Wir werden uns bestimmt nochmal irgendwann wiedersehen. Aber jetzt ist es bald. Vielleicht übe ich bis dahin sogar mal. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist jetzt wirklich so spät? Das ist das Finale gerade. Ich glaube auch. Ich könnte mir kein romantischer aufs Ende vor... Das war richtig feierlich. So kommt der Tobi immer zum Finale. Das war's. Jetzt gibt's wieder... Wir werden wieder was zusammenspielen. Was haben wir hier alles erlebt? So viele Insider sind hier zustande gekommen. Oh Gott. Es war so schön. So viele übermüdete Nächte. Ich werde es ein wenig vermissen. Wir machen gleich weiter mit einem anderen Spieler, aber trotzdem. Ich werde es vermissen. So, was nehmen wir denn jetzt auf? Außer DPD, was wir niemals aufnehmen? Also ich muss ja sagen, ich finde dieses... Heißt das Debt? Das mit den Haien und mit den Tauchern? Ich finde das ziemlich cool, muss ich sagen. Wir können ganz viele verschiedene Spiele spielen. Ah. Nee, das höre ich aber nicht. Nee? Aber es gibt ein Spiel, das würde ich mir ja noch wünschen. Für eine Folge. Was denn? Cockroach! Star... 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 Ja... Raumschild? Starbound! Starbound! Ja, geil! Geil! Ja, geil! Aua! 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 Oh, Erik, du bist so muskulös, ey. Das ist so schön. Ja, geil! Komm in meine Arme! Oh, sein Lustblock ist so geil! Du geiler Tanten! Nein! Ich schieb dich rein, Curry! Hör mal, ich bin noch ganz sauber! Komm! Jungs, ihr könnt das jetzt nicht verdrängen, es ist jetzt vorbei. Huch! Hallo? Äh... Ey, raus aus mir! Feuerwerk! Feuerwerk! Raus jetzt hier! Kann der Traitor bitte dieses Rainbow-Ding machen zum Ende nochmal? Oh, ich warte. Ja, mach Rainbow-Toro! Warte! Rainbow! Friends Forever! Wie heißt das denn? Ah! Wir sind das Ringbogen-Icon. Best Friends oder so, keine Ahnung, das ist so ein ganz helles Licht, Tobi. Ich lasse die Waffe fallen dafür. Spirit? Spirit ist das nicht, ne? Ne, ganz helles Licht, so ein Lichtkegel, einfach so ein Lichtkreis ist das, Tobi. Warte mal. Oh, du willst doch nichts finden da, ey. Es kann sein, dass ich das als Error habe, ich weiß es nicht. Och, Tobi! Boah, Erik sitzt da richtig gemütlich, ey. Boah, ist das gemütlich. Ist geil, ne? Warte mal. Wie einladend auch. Einfach einladend. Als würde ich auf Amazon verkauft werden. Ja, der Mund ist auf. Ne? Ich hab das nicht, Mann. Tobi, das hast du. Das hast du. Mach mal keinen Scheiß. Das ist irgendwo in der Mitte. Warte. Geh einfach alle in die Mitte. Gott wirst, Tobi ist gar nicht Traitor, der guckt grad ganz woanders im Hauptbindung. Ist das die Graffnade? Ist das die Graffnade? Nein, 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 nein. Das ist falsch. Das ist, glaub ich, oben drüber. Fatman hab ich da. Warte. Ne, lies einfach alles in der Mitte durch, Tobi, komm. Oh, ist das schön. Mindturtle, Thriller, Deathfaker, Bulkkanon, Angry Hobo, Grand Parasit. Curry, guck mal, ich hab ein Bild gemalt. Thomas hab ich hier noch. Schrei, schöner. Fullton. Thomas ist doch ganz weit da unten. Jemand mit Fans, Tobi, oder so. Ich hab das nicht. Tobi, sag mal, bist du besoffen jetzt, oder was? Ich hab das wirklich nicht. Ey, ganz ehrlich. Tobi. Ich hab das nicht, Mann. Dann mach mal die Holy Grenade, oder so. Oh, ja, ist auch schön. Ich mach die hier, komm. Was hat Ellen jetzt? Hi, Leute. Ich hab keinen Bock mehr jetzt. Ich hab keinen Bock mehr jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Noch nicht, Alter. Ja, dicker in Eis, Alter. Dicker, dicker, komm, ey. Komm, dicker. Ja. Schönes Ende. Ja, das war's alles. Mr. Krabs, da liegt. Wo liegt der? Wo liegt der? Oh. Achso, da sind wir ja wieder. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Noch einmal tippen. Und, again, welcome to the Aperture Science Computer Engineering Center. Oh, schön, Harry, schön. Warte mal, weißt du, was so geil aussieht? Was denn, Tobi? Was denn? Das, was Pan gerade hat. Warte. Und dann so. Okay. Du hast ja auf Männerskin gewechselt gerade. Wo ist denn das? Warte. Hast du das wieder raus? Hast du das rausgenommen, Pan? Das ist hier wirklich nicht. So. Hey, ich konnte es doch gerade machen. Hey, du hast... Ähm, deine, deine, ähm... Was denn? Tobi, deine Brüste? Ähm, deine Brüste sind zu klein. Was? Tatsache, hä? Was das denn? Die sind gar nicht mitgewachsen. Wir sind einfach... Da ist die Luft raus. Hahaha. Mann, das will ich jetzt selber sehen, ey. Okay, warte, 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 warte. Power up. Äh, wie ist das? Super size, ne? Bye. So. Ah, doch, da ist es doch, Tobi. So. Hahaha. Alter. Okay. Ich würd sagen, wir sagen Füß, oder? Da mit diesem Anblick. Ja. Ja, würd ich auch sagen. Also, gute Nacht. Ich will den Arsch! Jaaa! Huuu! Huuu! Vielen Dank fürs Zuschauen und... Irgendwann mal bis zur nächsten Folge DTT. Und, äh, was nehmen wir jetzt auf? Ich glaub... Irgendwas schönes auf jeden Fall. Ja, sicher. Irgendwas finden wir da schon. Wie sagt er... Wie sagt er eine Legende einst? Auf bald! Bis wiedersehen! Was? Was? Kennst du dich von der Tagesschau? Ne. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. So sieht's aus, Curry! Hahaha. Tschö! Asla! Ciao mit Frau! Tschüß! 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 Tschüß!